So, dann, okay, nochmal. So, jetzt müssen wir mit dem Ball ein bisschen weiter weg gehen. Johannes, gehen wir weiter nach hinten erst. Jetzt? Jetzt. Also, wir werden hoffentlich die Champions sein. Papa! Papa! Heute sind wir bei einem Soccer-Gam, das ist eine deutsche Soccer-League für blinde Menschen. Und Hertha spielt heute, einer der großen Soccer-Clubs in Berlin, natürlich spielt Borussia Dortmund, wie ich verstehe, das ist auch ein großer Soccer-Club in Deutschland. Und wir zeigen euch einige von den Sachen, die wir heute machen. Natürlich, wir zeigen euch das Spiel. Aber wir wollen euch zeigen, wie blinde Menschen spielen und wie es ist. So... Hallo, everyone. Assalamualaikum. Das ist eine große Herausforderung. Das ist der Fall, der Fall ist der Fall. Ich habe einen neuen Fútbol-Ausseation in Berlin-Football-Ausseation. Das ist die Berliner Fussballverband der Berliner Fussballverband. Das ist die 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 Berliner Fussballverband.